Ich hoffe, Sie haben sich gut erholt über die Feiertage, gut gegessen, sich in der Sonne gebräunt und mit ein bisschen Glück, da füllen wir heute auch noch Ihre Urlaubskasse auf. Das wäre ja gar nicht verkehrt. Und wir starten mit Kugel Nummer 1 und sie ist auf dem Weg zu uns. Heute fällt die 35. Und in diesem Moment sitzen Sie wahrscheinlich gerade bei sich zu Hause auf der Couch, zittern und haben kaum Nerven, mir eigentlich zuzuhören. Das lohnt sich aber, denn, das erzähle ich Ihnen gleich, nachdem Kugel Nummer 2 gefallen ist. Sie ist auf dem Weg zu uns und es ist die 10. Jawohl. Es lohnt sich, denn Sie können nicht nur 5 Millionen in Gewinnklasse 1 abstauben, auch eine Million warten jeweils auf Sie in Gewinnklasse 2 und auf Beispiel 77. Also, Kugel Nummer 3 rollt an, die 20 ist gefallen. Und mich interessiert natürlich, von welcher Reise träumen Sie denn eigentlich? Bei mir würde das komplette Budget nämlich fürs Reisen draufgehen und mein Start wäre Bora Bora. Ein wunderschönes Atoll im Südpazifik, da will ich hin. Kugel Nummer 4 ist die 16. Und ganz ehrlich, wenn ich schon mal dort wäre, würde es für mich persönlich weitergehen nach Hawaii. 4.000 Kilometer liegen dazwischen, ist ja ein Katzensprung, kann man machen. Kugel Nummer 5 ist auch auf dem Weg. Und die 19 ist gefallen. So, und jetzt ist Endspurt hier bei uns aus 6, aus 49. Ich bin sehr gespannt, wir machen den 6er jetzt voll. Die letzte Kugel ist auf dem Weg zu uns und ich sehe schon, was da kommt. Die 44 ist gefallen. So, und hier kommen all Ihre frisch gezogenen Zahlen auf einen Blick. Bei der Superzahl tippe ich persönlich, da spuckt Ihnen unser Histogramm nämlich aus, wie oft mit der Glückszahl schon der Jackpot abgeräumt wurde. Und heute ist die 3, unsere Superzahl. Und jetzt zeigen wir Ihnen alle Gewinnzahlen auf einen Blick. 6 aus 49, heute mit der 10, der 16, der 19, der 20, der 35, der 44 und unsere Superzahl ist die 3. Bis zum nächsten Mal.